Herzlich willkommen zu einem Video des Projektes OER für die Lehrkräftebildung Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Vechta, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg. Verlaufsdiagnostik Teil 2b Verhaltensverlaufsdiagnostik Dieses Video ist eine Ergänzung zum Video Verlaufsdiagnostik einer Einführung. Wir empfehlen, dass Sie mit diesem Video beginnen, falls Sie es noch nicht gesehen haben. Im vorliegenden Video wollen wir Ihnen zeigen, wie Verlaufsdiagnostik im Unterstützungsbereich sozial-emotionale Entwicklung oder auch Verhalten eingesetzt werden kann und Ihnen mit Direct Behavior Rating ein bewährtes Verfahren dafür vorstellen. Wir möchten erreichen, dass Sie Verhaltensverlaufsdiagnostik kennenlernen und Sie dazu anregen, Ihre Lehrkompetenz zu steigern. Wie wir in unseren Videos und Materialien immer wieder betonen, arbeitet Inklusion präventiv und versucht, Schwierigkeiten möglichst schon im Vorfeld zu mindern oder zu verhindern. Auffälligkeiten im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung in Form von problematischen Verhalten im Unterricht ist für alle Betroffenen eine Belastung und hat negative Auswirkungen für den betroffenen Schüler oder die Schülerin, aber auch auf die gesamte Unterrichtssituation und damit auf alle Beteiligten. Eine Intervention ist frühzeitig nötig, um negative Entwicklungen wie psychische Störungen, akademisches Scheitern oder soziale Ablehnung entgegenwirken zu können. Leider fehlen oftmals entsprechende Hilfen für die Kinder, die Familien und die Lehrkräfte selbst oder es fehlt an Wissen, dass Hilfe nötig wäre. So kommt es zu einem sogenannten Service Gap, einer Versorgungslücke, in der sich die Auffälligkeiten weiterentwickeln und verfestigen können. Da Kinder und Jugendliche einen Großteil ihrer Zeit in der Schule verbringen, kommt dieser eine wichtige Rolle zu, um diese Versorgungslücke zumindest teilweise aufzufangen. Schule bietet zudem die große Chance, durch regelmäßige Lernangebote das Lernsodienste, sozialer und emotionaler Kompetenzen zu unterstützen. Lehrkräfte sehen sich immer wieder mit problematischen Verhaltensweisen konfrontiert und es fällt in ihren Aufgabenbereich, Schüler und Schülerinnen bei ihrem Weg aus diesem Verhalten zu unterstützen. Dafür stehen evidenzbasierte Verfahren zur Prävention und Intervention zur Verfügung, deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist. Im Unterrichtsalltag ist es aber gar nicht so einfach zu erkennen, ob die ausgewählten Maßnahmen auch tatsächlich für die Situation dieser Schülerin oder dieses Schülers passen. Auch wissenschaftlich wirksame Maßnahmen müssen auf den Einzelfall angepasst werden. Daher ist es wichtig, die Unterstützungsmaßnahmen zu beobachten und zu prüfen, ob sie in der aktuellen Situation wirklich eine positive Verhaltensentwicklung bewirken können. Um dies festzustellen, ist eine engmaschige Überprüfung der Entwicklung notwendig, was mit Hilfe von Verlaufsdiagnostik gut umgesetzt werden kann. Dieses Einsatzfeld ist für Verlaufsdiagnostik noch relativ neu, aber es wurden bereits gute Erfahrungen damit gemacht. Bei der Verlaufsdiagnostik erfolgt die Diagnostik begleitend zur Förderung und ist deshalb besonders gut geeignet, die Wirksamkeit einer Maßnahme zu überprüfen. Im Mittelpunkt einer Verhaltensverlaufsdiagnostik steht die Frage, ob die gewählte Förderung auch wirksam ist. Dabei wird das Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen intensiv und nach Kriterien geleitet beobachtet und die individuellen Verhaltensveränderungen analysiert. Damit das realisierbar ist und auch aufgrund der Komplexität von Verhalten entscheidet man sich bei der Verlaufsdiagnostik auf einen ganz bestimmten, klar umrissenen Bereich, bei dem die Ausgangslage erhoben wird und der Endpunkt, also das gewünschte Zielverhalten, exakt definiert wird. Da Verhalten etwas sehr Komplexes ist, zieht man zu Vergleichen einen früheren Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen heran und erhebt die individuellen Veränderungen im Laufe der nächsten Zeit. Man bezieht sich also auf eine sogenannte intraindividuelle Norm, statt Vergleiche mit dritten oder einer allgemeinen Verhaltensnorm zu nutzen. Um eine Verlaufsdiagnostik des Verhaltens durchzuführen, lassen sich gut Items aus Beurteilungsbögen und Ratings sowie Verhaltensbeobachtungen einsetzen. Diese Methode wird auch als Direct Behavior Rating, kurz DBR, bezeichnet. Das Direct Behavior Rating nutzt also bewährte Kriterien aus Verhaltensbeurteilung mit ihren Ratingskalen und kombiniert sie mit dem systematischen, direkten Beobachten von Verhaltensweisen und deren Veränderungen. Dabei steht Direct für die schnelle und zeitnahe Beurteilung eines bestimmten Verhaltens, Behavior meint, dass eine spezifische, genau definierte Verhaltensweise beobachtet wird und Rating gibt an, dass die Beurteilung wiederholt und möglichst mit Hilfe von Items bewährter Rating-Verfahren erfolgt. Hier kommen viele Vorteile, die für Verhaltensdiagnostik typisch sind, zum Tragen. DBR ist ökonomisch, also einfach und schnell durchführbar und flexibel in den Einsatzmöglichkeiten. Die Einbeziehung verschiedener Personen ist möglich und sinnvoll, da dasselbe Verhalten von verschiedenen Personen recht unterschiedlich eingeschätzt werden kann. Es kann zudem sehr aufschlussreich sein, die Kinder und Jugendlichen um eine Selbstbeurteilung zu bitten. Dabei zeigt sich, dass verschiedene Personenverhalten oftmals unterschiedlich einstufen, aber dennoch meist gleiche Einschätzungen über die Veränderungen und Entwicklungen abgeben, sich also über die Tendenz einig sind. DBR kann jederzeit wiederholt werden, ist für vielfältige Verhaltensweisen einsetzbar und kann Veränderungen im Verhalten sichtbar machen. Die Dokumentation der Ergebnisse macht grafische Auswertungen möglich, die auch als hilfreiches Feedback sowohl für die Schülerinnen und Schüler selbst wie auch für die Lehrpersonen eingesetzt werden können. Im Unterricht wird Direct Behavior Rating für die Beurteilung von einzelnen Schüler und Schülerinnen eingesetzt, es kann aber auch das Verhalten einer ganzen Gruppe betrachtet werden. Beim Einsatz von Direct Behavior Rating sollte man folgende grundlegende Themen vorab klären. Welches Schülerverhalten soll im Detail beobachtet und eingeschätzt werden? Hier sind verschiedene Dimensionen wie das Sozialverhalten, Lern- und Arbeitsverhalten oder Regelverhalten zu berücksichtigen. Gerade angesichts von herausfordernden Situationen ist dann zu entscheiden, wo soll die Förderung ansetzen, was genau soll gefördert werden und wohin soll die Entwicklung gehen. Ein anderes Thema betrifft die Erfassung des Schülerverhaltens. Wie kann es ökonomisch und dennoch valide erfasst werden und welche Kriterien sollen gelten, um das Verhalten einzustufen bzw. zu bewerten? Weiter sollte beachtet werden, dass das Verhalten eines Kindes durch die Unterrichtssituation beeinflusst wird. Welche Faktoren fördern das gewünschte Verhalten? Welche stehen ihm entgegen? Ebenso haben die Personen, die das Kind beobachten, Einfluss auf die Situation. Wie wirkt sich das auf die Ergebnisse der Überprüfung aus? Bei Verhaltensbeobachtungen kann dasselbe Verhalten durch unterschiedliche Personen unterschiedlich eingeschätzt werden und auch die Anwesenheit von anderen Personen kann Verhalten beeinflussen. Dies sollte entsprechend im Auge behalten werden. Um das Ziel der Intervention im Vorfeld zu definieren, sollte ein gewünschtes Verhalten ins Auge gefasst werden. Statt das Kind soll nicht in der Klasse herumlaufen, wäre das Kind soll sich ruhig am Platz beschäftigen, eine Formulierung, die ein positives Ziel anstrebt und den Blick vom Ungewünschten auf das positive Verhalten lenkt. Der Unterschied ist, dass einmal der Fokus auf einem ungünstigen Verhalten liegt und das Kind in dem Zusammenhang auch negativ auffällt, während das andere Mal das Kind positiv wahrgenommen werden kann. Ein Beispiel für Direct Behavior Rating, das empirisch überprüft und gut im Unterricht einsetzbar ist, haben Markus Gebhardt und KollegInnen veröffentlicht. Die Skala Verlaufsdiagnostik für Verhalten in der Schule bietet viele verschiedene Items, also Verhaltensweisen an, die zur Bewertung von Schülerverhalten und Schülerinnenverhalten genutzt werden können. Hierfür ist auf einer Skala von eins bis sieben zu bewerten, wie oft ein Verhalten gezeigt wird, wobei eins für nie und sieben für immer steht, mit den entsprechenden Abstufungen wie etwa nie, sehr selten, selten, manchmal, oft, meistens, immer, lauten könnten. Der Aufbau der Skala ermöglicht eine schnelle Auswertung und damit ein zeitnahes Feedback über die Verhaltensentwicklung des Kindes und die Wirksamkeit der Unterstützungsmaßnahme. Die Lehrkraft oder andere geeignete Personen können nun zum Beispiel jeden Tag die relevanten Items der Skala ausfüllen. Dies dauert nach einiger Übung für einzelne Schülerinnen oder Schüler nur wenige Augenblicke. Die Beobachtung sollte über einen längeren Zeitraum zu einem festgelegten Zeitpunkt stattfinden, zum Beispiel nach einer bestimmten Schulstunde, nach einer bestimmten Unterrichtsphase oder sozialen Methode. Wichtig ist zudem, hier kontinuierlich vorzugehen. Die Erhebung ist mindestens fünfmal vor einer Intervention und dann während und nach der Unterstützungsmaßnahme durchzuführen. Nach etwa fünf Messungen kann jeweils eine Zwischenbilanz gezogen werden. Die Ergebnisse können zum Beispiel für Feedback eingesetzt und im Team reflektiert werden. Die Ergebnisse geben Auskunft, ob die Intervention wirkungsvoll ist. Sieht man keine Änderungen in die gewünschte Richtung, weiß man, dass die Maßnahmen nicht greifen und verändert werden müssen. Sie könnten z.B. klarer strukturiert, intensiver oder mit Hilfen für die Beteiligten durchgeführt werden. Ein solcher Bedarf wird durch die Verlaufsdiagnostik sichtbar gemacht und hilft, die Unterstützungsmaßnahme anzupassen, bis die gewünschte Verhaltensveränderung erreicht ist. Es sollten insgesamt mindestens 13 Bessermehrmessungen gemacht werden, um einen Eindruck über die laufende Entwicklung zu bekommen. Die Erhebung auch nach Abschluss der Unterstützungsmaßnahme weiter durchzuführen, ist wichtig, um zu prüfen, ob eine dauerhafte Verhaltensänderung erreicht werden konnte. Erst dann ist die Intervention erfolgreich abgeschlossen. Unser Fazit Verlaufsdiagnostik ist nicht die Antwort auf alle Probleme, aber da, wo sie eingesetzt werden kann, ist es ein sehr wirkungsvolles Instrument und kann inklusive Bildung wirkungsvoll unterstützen. Sie gibt im laufenden Beobachtungsprozess Rückmeldung über Verlauf der Entwicklung und über die Wirksamkeit einer Maßnahme und erlaubt so die Berücksichtigung individueller Bedarfe und aktueller Rahmenbedingungen. Die Dokumentation der Ergebnisse bietet außerdem eine gute Möglichkeit für ein erfolgsförderndes Feedback. Messungen sollten häufig und wenn möglich durch mehrere Personen durchgeführt werden, um den Entwicklungsverlauf möglichst gut und objektiv erfassen zu können. Direct Behavior Rating bildet eine Verbindung aus systematisch direkten Verhaltensbeobachtungen und solchen mit Ratingskalen und ist eine geeignete Methode, Verlaufsdiagnostik umzusetzen. Sie lässt sich gut in den Unterricht integrieren, kann die individuelle Ausgangslage und Entwicklung dokumentieren, flexibel der jeweiligen Situation angepasst werden und ermöglicht damit einen ökonomischen und hilfreichen Einsatz für inklusive Bildung. Wenn Sie möchten, setzen Sie sich zum Abschluss mit folgenden Anregungen auseinander. Entwickeln Sie für ein konkretes und eng umgrenztes Verhalten einen gewünschten Entwicklungsprozess. Entwickeln Sie Kriterien bzw. Items, die zur Verhaltensverlaufsdiagnostik eingesetzt werden können. Hierzu können Sie auf standardisierte Ratingverfahren zurückgreifen. Diskutieren Sie Stärken und Schwächen Ihrer Kriterien. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu diesem Video, Literaturangaben und weiteren Materialien aus diesem Projekt finden Sie unter dem angegegenden Link und bei twillow.de. Scannen Sie einfach die Barcodes. Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte dieser Ansicht.